Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sonic 3. Ah yeah. Und heute spielen wir mit Tails. Tails stand einfach hier, er hat keine Flugzeugs-Events sowie Sonic. Ich hoffe, dass es so passt mit den Einstellungen. Ich habe nämlich ein bisschen herumgeforscht, also man ein bisschen experimentiert, wie ich das Spiel anpasse. Meine Stimme. Ich hoffe, das passt jetzt. Nein, ich habe einen Hecht. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ups! Warte kurz spiel! So! Aber mit Tails mach ich so, er darf... Also mit Tails haben ich nicht die Super Emeralds, sondern nur die Chaos Emeralds. Alles explodiert! Ähm, aber man darf sich freuen. Ich hab nämlich ein neues Let's Play. Also, das bereite ich jetzt schon mal vor. Ein ganz neues Let's Play, was ich noch nicht hier hatte. Da kann man sich überraschen. Und nein, es ist kein Sonic Let's Play oder Sims. Es ist was ganz Neues. Spannende Musik Gute Lauf So... Entschuldigung. Entschuldigung dafür, für die Unterbrechung. Freie Kurs. Hey, jetzt ist es easy. Hm, vielleicht hätte ich doch das Ding nehmen sollen. Boah, fail. Ich dachte, ich hätte nur Frame-Einbrüche bei Sims und GTA 5. Das Ziel ist irgendwann auch, weil ich sie mit einem gote und nicht bei uns. Weil ich die Unterbrechung war. Ich weiß nicht, dass du Schuss baut und Dich so schnell kaputt. Ich glaube, ich muss die Unterbrechung auf jeden Fall beschreiben. Ich müsste sie nicht in die Unterbrechung nach sofern. Die Unterbrechung ist doch nicht so sehr. Ich würde sie nicht für Schuss zu stehen. Ich würde sie nicht gewinnen. Ich hoffe wenigstens, dass diese Folge morgen rechtzeitig erscheint. Bald haben wir ja alle. Aber zu dem neuen Spiel. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich habe es vorhin gespielt und mir macht es auf jeden Fall Spaß. Doch euch, dann hat es dann auch Spaß. Master Kicker ist dann immer noch so. Wow, danke. Danke dafür, Spiel. Ja, danke. Ich habe es schon fast zu kommen. Wer ist das Spiel? Absichtbar! Ich habe es noch nicht mehr. Ich bin hier. Ich habe es noch nicht mehr... Und ich bin viel zu langsam, doch. Auf zum nächsten Chaos Emerald. Yeah. Autsch. Auf zum nächsten Mal. Auf zum nächsten Mal. Auf zum nächsten Mal. Auf zum nächsten Mal. Es ist wie Tails' Adventure. Aber fast. Der Heierkopf. Das ist schon praktisch. Perfekt. Tails freut sich. Weil jetzt ist niemand da, der in einem Rampenlicht steht. Also stiehlt. Also stiehlt. Er gesagt. Ach, aber du existierst trotzdem. Schön. Und damit würde ich sagen. Und damit würde ich sagen. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und da ist auch gerne eine positive Bewertung da. Wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch. Daumen hoch für mehr. Und bis dann. Und daumen hoch. Und da. Vielen Dank.